Hey, Leute, was geht? Ich bin wieder da, die unbekannte Pickelfresser aus dem Internet. Ähm, mir liegt einfach Nightmare House lieber, weil es sich dynamisch verspielt, besonders weil es mehr FPS hat. Hab ich hier gerade schon? Ja, die Türen sind offen, also muss ich nach oben. Oh, ne, fuck it. Meins! Äh, es war der Licht, sagt Ego Ding und... Tür ist zu. Die total verrückte Reise in einem... In einem... Oh, hoffentlich kommt es unheimlich. Die total verrückte Reise in einem Treppenhaus. Radio Room! Ist irgendwie schon verdächtig. Hallo? Oh, hallo. Hä? Soll ich doch reinwerfen, oder? Ach so, ja. Boom, bam, 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 oh, ja. Geht's jetzt? Ich sollte die Transmission in ein paar Minuten setzen. Äh, du besser rauskriegst, der ganze Ort ist auf Feuer. Oh, holy fucking shit, aua. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck. Warning. Violin alert in Maintenance Area B. Oh, heiliger Scheiße. Ich hab' ab. Tschüss, ich bin hier draußen. Oh, fuck. Oha. Hier lang. Irgendwann rüber? Ja. Warum schiege ich dich nicht in diese Tür, wenn ich da dranlaufe? Aber es sieht echt gut aus. Muss ich schon mal sagen. Ah, nicht zu nah. Ja. Was ist gerade passiert? Ich komme gerade echt nicht mit. Ja, Albtraum-Sequenz. Oh, die Töne. Okay, keine Tür klinken. Hat man wohl vergessen, die dran zu bauen. Na, diese Tür ist offen, oder? Oder? Hey, irgendwie schon. Margaard. Margaard. Ne, diese Tür ist so. Ey, das habe ich echt nicht gewusst, dass diese Tür man jetzt aufmachen kann. Das heißt, Margaard, äh, Leichten-Schonhaus? Also, unheimlich ist es nicht. Ja. Okay, die wanken zu mir her. Die Krankenschwestern, die alle männlich sind. Was machen die an mir? Ja, ich habe gerade alle meine Organe spendiert. Alle. Eine hilfsbedürftige Menschen, die sowas benötigen, zum Beispiel mein Herz. Oh, Swat. Sir, he's waking up. We thought you were dead for sure. We find you right here. No idea how you got here before us, but damn, you're fast. Anyway, we should keep moving. Ich bin schon schnell. Hui, ihr seht ihr, ne? Holy shit, yes, this is Alpha Squad. We read you loud and clear. We have one KIA, one civilian. Aborting Mission, requesting EVAC stats. KIA, ey, was ist denn das? Wenn das jemand weiß, bitte in den Kommentaren schreibt, was KIA heißt. Ich spiele jetzt vor Swat 4, aber da habe ich noch nie was davon gehört. Now we're talking. Leid the way. Okay. You didn't find Johnson on the way, did you? Äh, ja. Aber er war tot. Slider war tot. Holy shit. Hm. Wieder was. Äh, ja, ich hab, wow, hat's mit meiner Mädchen-Stimme gesagt? Wo ist die Lampel? Scheiße, ich hab das verschlampert. Ah, da ist, da ist das, was ich suche. Yes. Dann kann man ein bisschen da lang. Folgt mir. Meine, meine getreuen Schlümpfe. Es ist so dark here. Ich kann dich nicht sehen, dass ich das verdammte Ding sehe. Ah, was ist aus? Brand. Habt ihr Lampen? Ja? Oder? Ja, geil, die haben Lampen. Ich bin überrascht. Hm. Wie, 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 wie. Oh, nah, komm. Tock, tock, tock. Oh, schnell lasst von Vi. Ich auch Oh, scheiße Oh, mein Mann ist mir richtig blöd aus Es wäre doch krass unheimlich, wenn man die hier als Zombie-Modelle verwenden könnte So Skelette, die auf einen zurennen Mann, ey, das ist doch keine schlechte Idee, oder? Wo muss man denn zählen, Alter? Hopp Oh, gar nicht, ich bin hier oben Aber hier ist ein Clip, da kann ich eigentlich nicht weiter Ey, das sieht doch aus, ähm Episode 2, ne? Ja, vielleicht 2, Episode 2 Warten, bis die Taschlampe an ist Ach, da lang Zwischen, flackert zu, es geht gleich aus Wetten Hm Also jetzt müssen wir das da irgendwie noch Oben gelangen Aha War gar nicht mehr so schwer Mal weiter geht's Durch die Lüftung Vielleicht gibt's dir das so eine tolle Reise durch die Lüftungsschächte Nö Hier war wieder nix Ah, ich kann mir vielleicht einen auswählen Hä? Geht nochmal zurück Das ist jetzt verwirrend Die haben noch gerade eben noch gelebt Ah, fuck Schon wieder so ein verrückter Lüftungsschacht Aber vielleicht war, äh, vielleicht ist es ja Alma gewesen Die wüssten das unheimlich ein Mädchen aus Fear Die sind alle tot Wie geht denn das, ey? Jetzt bin ich verwirrt Aber es habt ihr wirklich gut gemacht Entwickelt Die haben nicht einfach so Zombies Hier und da gesetzt Und dann einfach wirklich nachgedacht Wie kommt ein Zombie raus? Was soll's machen? Ah, da ruft mich jemand an Ein Klassenkamerad hat einen Grob M-M-M-M-M Ah, was geht euch denn das an Was mein Klassenkamerad macht? Und die leben ja immer noch Wir haben angefangen zu missen Äh, ja, okay Oh man, wieso geht's bei dir? Der hat eine Breaching-Shotgun Oh, Entschuldigung Okay Hier geht's lang, Leute Folgt mir Ja, der ist hier gar nix Ja, der ist auch noch lustig dabei Nur Munition Was, nur zwei Schuss? Ach, okay Die machen... Die machen... Nee, da... Ein richtiger... Ein richtiger... So ein Muschikopf hat er Die Muki hängt von meiner Frau raus Wie Emil von Zauberer Ja, los... Kommt... Ja, los... Kommt... Kommt... Na ja, der von Zwart sind noch Bäschen ist ausgebildet... Hey, warte auf alle Hey, buddy. Goddammit. What was that? Are you okay? I just got a sudden headache. My vision's kinda blurred. Alright, hold on. We're almost out of here anyway. Alright, let's take another door we have to blow. Okay, do it. Let's take a blowjob. Oh, but I also got a Schrotflinte. ... Well, this mode comes from the game 4. It's a very close way to open it. I'll stay here with him until he gets better. Yes, sir. Was? Wieso kannst du die Tür öffnen und ich nicht? Oh, okay, die Tür ist offen. Hey, danke, schöne Frau. Okay, das sollte es machen. Jetzt kommen wir zurück zum anderen. Die Tür ist offen. Was zur Hölle? Du musst nicht das machen. Stop that noise. Now! Stop it! What in the world is he talking about? Calm down. There is nothing here. We gotta do something. We must have been walking around here for years. Why aren't you taking us out yet? Where are you taking us? Think about what you're doing. Get ready. We might have to react if this turns violent. You aren't seeing the things that I'm seeing. There's gotta be a reason for that. You're causing it, aren't you? Please, just stop. This isn't looking good. Get ready to shoot. My eyes are open now. I can see where you really are. I'm gonna send you back to hell where you belong, you son of a bitch. Help! Oh shit, shut up now! Okay. Okay. We need to kill our entire team-kameraden because he had a damage to the roof. Obviously, the target is more powerful than we thought. We need to get out of here before things get worse. There's nothing else that we can do here. We'd better keep moving. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. ZOMBIES! Lots of them! Oh yeah. Oh wow wow wow. Take two of these. Come here. Oh man. They're still alive. Oh wow wow wow. Not so close, not so close. Oh yeah. Oh man. 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 Ja, mach den Leuchten einfach mal Zombie-Säunen. Kommt, meine kleine Schlümpfe! Die Tür ist wieder zu. Wie kannst du die sehen, ey? Okay, kann man jetzt nicht die Tür öffnen? Irgendwie geht die Tür auf die Tür auf und kann es noch nicht. Du kannst das echte Leben nicht mit dem Spiel vergleichen, Junge. Äh... Hopp. Eine Sekunde, ich muss meine Ratsch. Es ist kein Zeitpunkt, wir sind fast auf dem Punkt. Holy shit! Hold on! Oh fuck! Get out of here! Holy fuck! Let's get the hell out of here! Da hat sich wohl ein Zombie-Säunen ins Neck geholt. Ich kann das nicht bleiben. Ich bin ja vielleicht noch nie vielleicht jetzt hier zum Beispiel. Der ist jetzt zuerst nicht los. Ich bin ja in ohne Hilfe. Find ich es jetzt! Wir sind gleich wieder. Deine Musik im nächsten Mal! Ja, ich muss die Schlüge machen! Waa! Ich bin ja in ohne Hilfe. Ich finde es nicht immer und ich werde es nicht fertig haben. Ja, mach ich doch schon. Oh, noch mal. Headshot. Was? Ich hab keine Munition mehr. Dafür hätte ich doch volle Munition vorhin. Oh, man kann doch die Köpfe wegschießen. Mach ich mal. Mann, da hat die nicht so geklappt. Ja. Diese Tür hat keine Klinke. Was soll ich denn machen? Ach, einschlagen. Ja, das können nur die anderen. Nicht ich. Ah, scheiße. Zombies können nicht flanken. Die tauchen nur auf uns zu. Die Tauber-Bots kamen auf uns zu. Erstmal noch wollen wir hier schnell weg. Das Let's Play dann auch dann beendet. Ich erschieß den Mund. Da ist Prinzessin Luna nicht gerade erfreut. Hier will ich schon wenig meinen. Oh. Oh, du Scheiße. Komm her. Das liegt auf uns so die Gurke. Idiot. Verdammter Idiot. Wo hat er denn fliegen gelernt? Wohl in den Lotto gewonnen, den Flugschein, oder was? Das ist, äh... Ach, ey. Worüber mecke ich denn überhaupt? Das Spiel ist alles geskriptet. Aber trotzdem kann man darüber meckern. Oh, Scheiße. Es war doch endlich. Das geht von der Let's Playzeit ab. Oh, ich bin schon auf 17 Minuten. Oh. Oder auch 18. Keine Ahnung. Ich musste... Ich hab ihn mal für kurz vergessen, das Anschluss anzuschalten. Wenigstens bekomme ich dann die Schrotflinte von ihm. Dafür ist er ja noch gut. Macht das jetzt auch was? Ich merke mich wieder, wenn es aus ist. Also, das... Ja, es geht wieder. Also, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das Ende ist für uns, glaube ich. Ich kann nicht meine Objektiv erreichen. Wir kamen, um den Mann zu verhindern, für diesen Scheiß zu verhindern. Er hat etwas gebaut, und er hat einige Pläne in deinem Kopf. Er kann dich entlösen, sogar um dich zu töten. Dieses Ort wurde jetzt für ein paar Zeit verhindert. Wir haben vor kurzem alle diese Aktivitäten gefunden und ihn gefunden. Sein Name ist Dr. Romero. Find den Scheiß und verhörte ihn. Glücklich. Zeit für ihn. Wir sind wieder im nächsten Part, Leute. Kann man damit überhaupt noch fliegen? Alles klar.